Jo, hi Leute, Kuki hier. Ich bringe heute wieder ein neues Video und zwar haben wir gestern ein europäischen Turnier mitgezeigt, wo man Seeding Points gewinnen konnte, sogenannte Pro Points. Die sind wichtig, um an Chifinity teilzunehmen. Chifinity ist das größte europäische LAN-Event, wo man immer so um die 70.000 Euro gewinnen kann und da will natürlich jeder hin. Wir haben dann 800 Points bekommen für die Top 4, was auf jeden Fall schon richtig gut ist. Ich habe euch mal hier das erste Match aufgenommen für euch und zwar gegen Sawas, Webs, Wongi und Wanda. Die haben alle schon, außer Wongi glaube ich, etliche LAN-Wins. Also Webs hat schon über zehn LANs gewonnen, wurde auch mehrfach MVP auf LANs. Sawas hat auch schon übertrieben viele LANs gewonnen. Auf jeden Fall ein krasser Gegner. Und wir haben die erste Map verloren, das war Domo Strike Zone. War ziemlich knappes Ding und es ist in Battle 3. Das heißt, wenn die jetzt eine Map noch gewinnen, haben die gewonnen. Das heißt, wir dürfen keine Map mehr hergeben. Wir müssen jetzt die nächsten zwei Maps gewinnen. Und ja, die habe ich für euch aufgenommen. Viel Spaß! Ich habe einen, komm! Ich blenden, ich blenden. Ich blenden, ich blenden. Ich blenden, aber ich gucke an der Garnase, nicht, dass er jetzt links von mir mich töttet. Ich habe Garnasche. Die Bombe wurde platziert. Renn weg, ich spray einfach. Renn weg, renn weg, ich spray einfach. Was feil ich, was feil ich mit uns? Ich habe fast first. Ich habe fast first. Ich gucke links. Okay, okay. Links, 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 links! Ah, fuck. Komm, hinten, rum, warte. Chronix, bleib ruhig, ich gucke für dich. Wer ist rechts von dir? Wer ist rechts von dir? Er ist weg oben in der Halle. Nice. Er ist bei mir. Clayton, es kommt, man. Ich bin gespielt, Chronix. Ich hätte noch warten sollen, ich habe zu viel geschossen, Alter. Jetzt mal. Weil die Posi, die er hatte, die war so unreal, ich muss euch zeigen. Heftig, ey. Du kannst ja nicht auf dem Gesicht rechts auf dem Steck hochlaufen. Ich musste gegen sowas Lärm mal was sein. Kann eine B für mich machen? Nee. Wir suchen und zerstören. Ich mache sonst normalerweise diesen Mitte-Smoke, damit ich durch die Plane zu A sozusagen verniesen habe. Ich kann auch nicht. Ich mach's nicht. Ich mach's nicht. Ich mach's nicht. Kann's nicht klappen, kannst du nicht runter. Also, nächstes Mal A. Das Ziel verteidigen. Ich mach's nicht. Ich mach's nicht. Ich mach's nicht. Ich mach's nicht. Äh, B, B, B. Sieht nach B aus. Einer ist schon rüber zu B. Aber ich weiß es nicht. Aber ich weiß es nicht. Ja, ist super. Einer ist hinten am Auto. Und einer pusht mich einfach, Mann. Einer ist hinten rechts. Einer ist hinten rechts. Er sprayt durch alles durch, Mann. Am Auto wird einer hinten sein. Ich kann mich nicht challengen mit SMG, Alter. Einer ist viel langsamer. Ah, f**k. Ja, Mann. Jetzt muss einer mit zu B kommen. Es kann nicht sein, dass ich alleine mit Sniper B bin, Alter. Lass mich einfach mal alleine. Mach's Conex. Ja, aber einer ist da. Einer ist da. Einer ist da. Einer ist da. Aber ich mach immer A. Ich hätte auch die Spray-Pose machen können. Du hast mir ja gezeigt. A oder B. Jetzt egal. B, B. B wieder. B wieder. B wieder. Ja, pass auf. Den Wasserturm da auf Rade, ne? Diese Pose. Du meinst. Ich kann sie nicht mal wegsprayen. Ich kann noch etwas smoken, ne? Dann lenkt die wenigstens ein bisschen ab. Dort halt. Wenn die da sind. Sehen wir dann da. Ich meine, der liegt ganz links neben die Bombe. Der liegt ganz links. Der liegt ganz links. Ich nehme immer die Bombe. Ich kann noch. Na gut, dann wissen wir das. Bei denen hinten ist ein Rasserturm. Ablenkung. Ich habe meine hinterher uns irgendwie. Ich habe die Mitte. Du musst nur von vorne gucken. Der eine und der andere komplett gehen schon. Ich stelle jetzt da. Rade mich durchschissen. Das Ding da weg. Na, aus dem Haus. Einer ist in der B-Alley und einer ist im Haus drin. In dem Haus drin und links in der B-Alley. Bei dem Zaun im B-Alley da. Genau, in dem weißen Haus und dann links B-Alley. Genau. Da wo man die Tür aufmachen muss. Ei. Einer muss noch einen B-Alley. Der eine ist in dem Gescheitengang. Ja, der eine ist in dem Gescheitengang. Dieser schauere ist leider noch. Ja, ich komme eckmal von hinten auf jeden Fall. Ah! Hä? Lol, du hast doch was er durchgeguckt, LKW, ne? Lol Guck mal, guck dir die Pose an, lol, ne? Er guckt durch die Ritze in den Eingang, das ist eigentlich schon voll schlau, man. Ey, ich brauch diese komische F-A-S-D, ey, du kannst du sie nicht durchschreien, man. Komm, weiter geht's. Zweitenwechsel. Jetzt B direkt. Suchen und zerstören. Komm, wieder ist der Smoke, ich hoffe mal die gehen A. Boah, hoffentlich gehen sie nicht B. Machen wir den Spray, einer dann. Er ist echt gut. Das Ziel verteidigen. Wieder B, wieder B. Einer drüber, B. Rade, geh weg, Cricky. Ich gucke die Linie von dir. Rade, tut dich irgendwas wahr? Ne. Boah, pass auf, Cricky. Einer ganz hinten am Spawn in der Mülltonne, wo man rein kann, da hockt einer und guckt die ganze Zeit auf die Ritze. Also er macht Backup sozusagen, B. So die Nades ab, oder? Ey, wenn das Ding jetzt getroffen ist, oder? Fack, Nades war zu kurz. Eine muss auf die B. Ah. Ja. Hast du schon Zeit? Wir haben einen Mann über das Tal. Perfekt. Er liegt hier, er liegt hier. Nice, einer noch, einer noch, komm. Hab ich. Nice, kommt. Und ich hab dich geratet, du Fotzer, Alter. Hey, sag doch sowas nicht. Bombe entschafft. Schwestige, er liegt auf dem Boden und preaimt, ey. Lass mal A versuchen, oder? Ja, würd ich auch sagen. Das ist aber auch jetzt. Ja, allgemein durchbomben, das ist voll cool gemacht, Mann. Man hat irgendwie seine Vorteile, aber auch seine Nachteile. Moment, die Runde ist eigentlich zu Stegma, jetzt lass, wenn wir das machen. Ne, meine Bombe bitte, also mit Raiden. Passt auf, wegen Spray bei der Plane in der Mitte. Ja, ich guck die Mitte, ich leg mich hier immer im Auto hin und seh immer, wenn er hier schon ist. Ich hab ihn, ich hab ihn. Ich hab ihn. Einer muss komplett weg abmachen. Macht langsam, macht langsam. Er ist hinten im Haus. Hinter euch ist alles safe. Außer rechts von dir, äh, da hinten. Ich hab noch einer hinten, noch einer hinten. Eine Sniper-Posi. Zwei leben noch. Hilf mir vorne. Jetzt kann. Er ist Mitte gesprengt, hast du gehört? Buki, kannst du Förden hinter mir oder so? Dass du Backup machst, sozusagen. Ja, ich hab ihn hinter dir. Ja. Der Ding ist im Haus. Der liegt da, der ist zurückgerannt. Oh mein Gott. Und jetzt raced. Im Haus drin im E-Landing. Der andere war One-Shot hinten bei denen. Da liegt meine AR. Der wird für Person machen. Er wird den Bombspot hundertprozentig checken. Bestimmt von der Mitte. Nice! Played, Alter. Ich hab ihn nicht mal gesehen, Alter. Komm, ich hab ihn auch erst angesehen, als du ihn gesehen hast. Nice, Milamann. Richtig schild. Kommt jetzt, Mann, alle. Macht den Neger aktive Tarnung an, Alter. Ja. Aber die Förden nicht mal. Sonst hätte er mich noch gesehen. Oh, die haben gefehlt. Oder wollten gerade. Ey, hau den Tisch. Äh. Kann ich zu spät gesagt. Richtig, geh nicht so weit vor wegen den Nades, gell? Das ist zu riskant, Mann, da vorne. Genau. Okay. Aber du bist voll auf den Nades, da, Mann. Aber sie werden diesmal irgendwie auch. Aber ich bin mir sicher. Keiner zu weh. Der wurde schon genaded. Ah, nein, bitte, bitte, bitte. Hab ich. Nice. Einer hat die Tür gesprengt, die Tür. Ich hab nur so geschossen. Er ist hier rechts drinnen. Ich guck mit 3, guck links, quickly. Er ist pusht raus, er ist gestunt, rechts. Oben B, oben B, oben B. Ey, Mann, die sind auch schon A durch. Rechts gestunt. So ein Uhrenraum. Die Zeit ist knapp. Das muss fort, da kommst du dir hinten. Boah, Zweier. Alles Gesehen. Eine will zu. Ich hab den, ich hab den. Eine ist ganz rechts. LX kommt hier. Wir haben die Runde verloren, aber nicht in den Kopf. Kommt jetzt. Der längste Fall. Gerade halt nicht hier kämpft. Der Game. Zweiten Wechsel. Ja, komm. Seine, seine, Alter. Alles offen. Ah, fuck. Geht's eigentlich bei GB bis 4 oder bis 6? Bis 6. Das ist jetzt was Grunas. Ah, ja, stimmt. Äh. Das sagt A wieder, oder? War gut. Jawohl, mega. Ich guck wieder die Mitte ab. Wir haben die Bombe. In der Hoffnung ist wieder ein Rush. Ungeschutzte Feinde! Wir sind so desperate stehen, gell? Eine muss noch unser Back machen, gell? Ja, einer fehlt am Bombschiff. Die Zeit wird knapp. B verschieben, B verschieben. Boah, ich bin so one shot, gell? Weil wenn ich bin, muss ich noch 5 Sekunden haben. Ja, dann müssen wir aber was machen, sonst. Ja, lass verschieben, lass verschieben. Ja, komm, los. Mitte ist komplett safe, ne? Ja. Einer hat mein Mitteltor. Hattet ihr aufgemacht. In der B-Gasse. In der B-Gasse am Tor. Hattet ihr aufgemacht. Einer springt hier... Ja, den T-Ball, man. Einer wird wieder im weißen Haus. Deiner nur gucken, ob ich spänze. Fingerstunnt. Ab 2. Geh weg, Geh weg Raven, du hast die Bombe. Ab 2, komm, nice. Geh direkt planten, geh direkt planten, schnell, 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 schnell. Einer noch. Wir müssen den Kill machen. Wir müssen defenden. Das Mitteltor, ja, geh weg, geh weg, geh weg, geh weg. Huch, hu, wir holen sie nicht. Heiht, kommt jetzt, Boyz. 2. Alter, wie ich die gefickt hab, noch von hinten, Alter. Da ist mal 3 weggezogen, Alter. Hätte ich das nicht gemacht, hätte ich gefailt. Das ist so nice, Mann. Egal, komm, Lego. 2. 2. 2. 2. 1. 2. Suchen und zerstören. Der eine war vorhin voll schnell in der Mitte bei mir. Ich war fast gestorben letztes Mal, wo die A gemacht haben. Wir werden bestimmt wieder A machen. Er hat nur Lack beim ersten Mal ohne Scheiße. 2B rüber. 3B rüber. Ich hab einen. Ich hab noch einen. Raiden, was bist du? Ich hab nur deinen Kopf zurückgesehen. Guck bitte ab und zu zum W-Spot. Bisschen chillig, guck. Ich mach den Wolf, ja. Pass aber auf, da kannst du voll durchgesprayt werden. Oh mein Gott. Ja, er sprayt mich weg. Er war hinten rechts auf dieser komischen... Wenn du die Bombe hörst, schau mal, schau mal. Kann man die Bombe hören doch. Einer ist vor der Garage. Vor der Garage. Direkt vor dir, Milan, gewesen. Er ist wie cool wieder. Nice. Ich hab ihn. Ein Mann auch, komm, schaff dir. Die Bombe wurde platziert. Er kommt, die Garage. Nice, nice, nice. Kommt, boys. Komm, eine Runde, Jungs. Richtig, eine Runde, jetzt kommt, Alter. Ey, wieso? Der sprayt mich doch durch, gell. Egal, man. Runde gewonnen, scheiße. Nächstes Mal was besser. Lass mal B gehen, Jungs. Lass mal B gehen, oder? Jo. Wir können ja nur B bei zwei Stellen hinten finden. Ja, genau. Wir haben immer im weißen Haus. Dann ist einer in der B-Alley drin oder hinten am Wassersbomb. Das sind die drei Vorsicht, die die haben. Auf jeden Fall einen Nate mit dem ihr habt. Ja, ich hab immer Nate und Stand dabei. Mit dem Bombe wie immer. Ja, sorry. Geil. Ich bin übergelandt. Geil, du bist bei dir auch in Ordnung. Da haben wir einfach mal geraucht hinten. Da war eine Gas... Ne, eine mit Aluminium Gebäude. Also in einem linken Haus. Die Zeit wird knapp. Einer hat hier in der Mitte aufgemacht. Im Mittelgang. ワード 어떻게 bringt. Aber du bist weg, wo du da D. Auf jeden Fall ... 爆 drukkeit ... Der ist irgendwo rechts von mir. Na, Mon Year 105 hinter dem Ding! Hier links! BTHS zusammen! Bin gestodiert! Einer muss hier mit Deck umgeben nach vorne gucken und ich planten gehe! Er wird rechts sein, Milan... Er wird rechts sein! Ich muss planten, das ist das Problem, die Zeit! Volkswagen Einer Mitarbeiter Weil Michaels drückt! Parker C und Card ammo! Èing partner! Ich plante! Eine Mitte! Ich geh in den Mittelgang, glaub ich. Die wissen nicht, Stenzer. Die wissen nicht, Stenzer. Einer Garage! Garage! Die Garage ist in der... Ich hab' mich durch die Wand, lol. 2 gegen 2. 2 gegen 1. Noch eine. Oh mein Gott! Oh mein Gott! Nice, Mann! Maschine, Alter! Let's go! Ich hab's gecaptured, ne? Nice, Digga, Alter. Oh, das war ein richtiger Kornik-Moment, gell. Ich hab' gedacht, die choken bis jetzt, gell. Wie schwer es geht? Wettet euch sein, das ist ein Alessi! Oh mein fucking Mad-Budder. Let's do this, boys. Come on! Oh, jetzt zu kiewig. Ja, echt, ja. Erstmal warten, jetzt, wo die hingehen, ne? Nicht, dass sie auf Team gehen. Ich geh' wieder runter, ich geh' runter. Runter, runter, ja. Komm, jetzt, Mann. Komm, Alter. Machen wir. Ich hab' die rechte Seite. Irgendwie, Alter, ja, ja. Aber unser, unser Dinger ist links, ne? Push links, ich push links. Wir brauchen die linke Seite, glaub' ich. Doch, guck mal, wo die Dinger ist. Ganz, ganz rein. Ja, aber wenn wir linker Seite Control haben, einfach links durch, push, rechts, vorne. Eine muss auf jeden Fall rechts. Eine muss auf jeden Fall rechts. Boah, das ist hier ganz vorne. Ja, sag' ich doch. Hab' ich gesehen, Top bei denen. Ich hab' einer, kommt, einer. Einer packt Top, einer Top. Einer, Karten, Karten, einer. Einer, attack, mit, 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 mit. Nein. Wir haben, wir haben... Nein, Top, kommt jetzt. Wir haben zwei, es sind süß. Wir haben schon einen Punkt. Einer kommt nach hinten. 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 Ich bin down. Top, 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 top. Ich hab' ihn. Noch eine unten, 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 unten in der Tür steht er. Ey, man, einer ist direkt im Spiel gewesen. Nee, das ist das Spiel, man. Der Link versuche ich, den Link auf. Die Laufessen, K, man. Ich bin viel schneller. Ja, das ist viel besser, glaub' mir. Einer ist bei uns, schon. Einer ist oben rechts. Versuch' auch zu scornen. Du kannst ihn nicht gut defend' ihn. Ja, dann will. Versuch' einfach jede Dings abzudecken. Einer ist unten, 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 underground. Der kommt, der kommt hoch zu uns. Einer oben bei denen. Wie man leicht mal bei denen defenden kann. Das ist so... Oben bei denen, oben bei denen. Fuck, er auf dem Map. Direkt wieder einer, ey. Kommt jetzt. Eine, glaube ich, noch oben. Oben, 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 ich hab den 2-Down. 3-Down, 3-Down. Von rechts, von rechts. Er ist oben, er ist oben, Jungs. Ich hole dich gleich. Nein, jetzt ist unten auch einer. Kommt jetzt. Er ist rechts unten. Die Kills sind so richtig schön, ne? Ich bin ja noch durch, chill. Ey, die campen dazu, ey. Die campen können. 2 vor dir Schock, äh, wie landen. 2 bei dir. Ja, ja. 2 bei dir. Einer oben und einer top mit. Kommt jetzt, Jungs. Auf jeden Fall auf der schwächeren Seite. Wir brauchen nur ein paar Punkte, Mann. Feind angedrungen, verteidigt eure Position. Kommt, Underground, wir brauchen Underground, Mann. Kommt, 2-Down. 3-Down. Geh rein, ich geh rein. Oben, 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 oben. Bin drin, bin drin. Nice. Nice. Kommen wir jetzt. Passen wir noch, passen wir noch. 3-Quick, die wichtige Kills. Los, push vor, push vor. Ihr müsst ihr einfach versuchen, spawnen zu trappen. Anders geht das hier nicht. Ich hab den oben, ich hab den oben. Geh rein, geh rein. Einen noch hier, einen noch hier. Komm. Ich bin drin. Nice, kommt jetzt, Jungs. Nice. Bei uns auch, Jungs, bei uns auch. Ah, ja. Dadurch, dass wir alle 6 gepusht sind zu dritt, konnten die Links easy durch. Noch einer bei mir, noch einer bei mir. Rechts unten, rechts unten, rechts unten. Er ist oben, er ist oben, er ist oben, er ist oben. Treppen, treppen, treppen. Nein, der ist weak, der ist oben. Hab ich, hab ich. Ich bin am Punkt. Nice. Jetzt einer bei uns, wo aus unserem Wing geht. Ich bin auch noch bei denen. Ich bin auch noch bei denen. Ich guck Underground. Ich geh Untergrund. Ich geh schon unter uns. Ah, Untergrund, einer, Untergrund, einer. Untergrund, einer. Einer hier, Mitte. Komm, Mitte, Mitte. Ich hab Punkt. Nice, Jungs, kommt jetzt. Underground, Underground, hab ich. Bei uns, bei uns oben, bei uns oben von Towers. Ah, er hat mich. Der ist wieder back. Hab ihn, hab ihn. Richtiger Kill. Eine kommt über Top bei denen oder so. Rechts durch, rechts durch bei uns noch einer. Eine Mitte, Mitte down. Eine oben bei denen. Am Punkt, am Punkt. Nice, Milix, Mann. Komm. Ich bin wieder durch. Ich bin wieder durch. Einer, einer Mitte bei denen. Bleib safe. Bleib safe, Link. Hab ihn unten. Oh, er kommt links durch. Ach, der kämmt oben, Kartenraum. Hab ich gesehen. Zweiter, Zweiter. Ah, er ist nur durchgeklamm. Rechts, Zweiter. Nice, richtiger Kill. Die Zeit wird knapp. Nice, Jungs. Nice, kommt jetzt. Komm, wir haben den Rest von drin. 2-9, 2-9. Vor mir, vor mir, vor mir, vor mir. Ich hab den. Komm. Nice. Einer hat mir vorbeigenannt. Ich lass mich vorbeigen. Ich lass mich vorbeigen. Wo, wo? Top bei denen, Milan. Haben Punkt, haben Punkt, haben Punkt. Nice, Milan. Kommt jetzt. Underground, Underground, Underground. Ich hab keine Muni mehr. What the fuck? Da unten. Nice. Sauersports. Nice. Push, 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 push. Ich hab einen Punkt, ich hab einen Punkt. Nice. Nice. Push links, guck links, guck links. Links ist wichtig, man. Push in the Underground. Kommt, Jungs, man. Nein, fuck. Zweitecht, zweitecht. Links. Links, komm, hol den. Verteil dich doch. Fuck. Ich hab den einen. Nein, ich hab den. Nichts. Komm, egal. Bleib hinten, jetzt. Bleib hinten. Wir sind jetzt auf der besseren Seite. Wir sind jetzt auf der besseren Seite. Da kommen wir besser die Fans und so. Kommt, Jungs, Alter. Richtig schön aufgeholt. Von 4-0, Alter. Auf 8-10. Kommt jetzt, Alter. Ohne Scheiß, Alter. Ich sterb so unnötige Tode nur. Egal, Mann. Ich hab's paar Mal... paar Mal durchgelassen, ne? Ich hab's hingelegt irgendwo. Einfach in so random Ecken. Dann sind wir zu weigern. Ich hab's durchgelassen. Halb, child. Über CTF. Das ist immer das geilste. Kommt, Alter. Wo kann man hier am besten sneaken? Rechts ist ja zu offen. Mit Untergrund, ne? Und links. Über links? Ich würde über links sneaken und dann so. Versuch's nochmal. Ey, ich versuch's über Untergrund, geh aber Leiter hoch. Versuch's mal. Ey, ich mach mal Yolo. Ich mach am Anfang Yolo über rechts, ne? Oh, das ist gleich von mir. Ah, der ist gleich von mir. Einer in der Mitte. Ich bin drin, bin drin, bin drin. Nice. Noch einer in der Mitte. Nice, abgeleckt. Einer kommt rechts durch. Einer kommt bei uns rechts durch. Einer kommt bei uns rechts durch. Ja, der ist rechts durch, rechts. Ich hab ihn nicht, ich hab ihn nicht. Ah, es kommt jetzt. Nice. Wichtige Kills, Mann. Nein, zwei bei denen. Zwei bei denen holen die. Einer kommt unter und unter uns. Einer kommt rechts und einer unter uns. Ich hab einen Punkt, ich hab einen Punkt. Boah, aber der ist da noch irgendwo. Nice. Nice, Mann. Einer bei uns oben. Ganz hinten bei uns. Oben, 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 oben. Nein, keine Kills. Rechts außen, Mann. Wichtige Kills, kommt jetzt. Der letzte meint rechts. Der letzte meint rechts. Ich push mal über ganz links durch. Hallo. Noch einer ganz links durch. Der letzte meint rechts. Der letzte meint rechts. Der letzte meint rechts. Und in den Kartenraum. Ja, ja, ja. Einer unter uns. Quickie, warte. Ich hab den Punkt, ich hab den Punkt. Nein, nice. Ich geh gleich auch wieder. Ich bin direkt dort. Ich bin direkt dort. Lass mich zuerst sein. Lass mich zuerst sein da. Jojo. Oben raiden, oben. Top, top, top. Nein, der war hier. Ah, stand hier. Ah, fuck, Mann. Ich konnte nicht. Ah, egal, komm. Vier Punkte mehr, chill. Koch Muni, gell? Warte, hier oben. Mach einer selbst. Warte, guck ich, ob ich den hole graden. Seht's keiner. Einer kommt hier, einer kommt hier. Links unten, links unten. Er ist oben, er ist oben. Karten, Karten, Karten. Ich glaub wieder runter. Ich bin mir nicht sicher. Ich glaub wieder runter. Ich bin gestunnt. Einer wird uns pushen. Zwei bei uns. Zwei bei uns. Zwei bei uns. Einer ist hinten. Ich hab gescored. Einer noch hinten bei uns. Einer noch hinten bei uns. Er wird direkt reingehen. Der, der da hinten ist. Bleibt hinten. Ja, ja, warte, chill. Chill, chill, chill. Er hat mich. Der ist hinten drin. Ich bin hinten drin. Zwei hier, zwei hier. Karten einen. Kommt. Kult, die wichtig. Vicky, lass mich behalten. Ah, wollte. Ein Untergrund. Untergrund bei uns. Ah, fuck. Zwei bei denen. Zwei bei der rechte Seite. Einer ist irgendwo durch. Nice. Pass auf. Einer ist irgendwo durch. Knicks. Fuck. Einer ist da. Hinter uns. Hinter uns. Er kommt runter. Die Treppen links. Ab ihn, ab ihn, ab ihn. Ah, der hinter mir gespawnt. Egal. Wir sind viel rum. Zwei Minuten. Der Helfer haben wir schon durch. Egal, komm, komm. Geht zu 10, komm. Egal, komm. 51, 51, komm. Hab ich ihn hier. Versuch's noch mal vorzupushen. Versuch's weiter vorzupushen. Versuch's weiter vorzupushen. Die müssen auf dem Tisch spielen. Das ist jetzt unter denen viel zu scoren. Ja. Links. Links einer. Ah, einer Mitte. Dort. Wer kommt? Die kommt zur Mitte, 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 Mitte. Hab ich einen. Einer ist rechts oben bei uns. Und wo ist einer bei uns? Du wo bist? Ach, er ist deutsch, ja und.. Jungs, wir müssen aggressiv spielen jetzt. Jetzt ist aggressiv, Mann. Habt, Punkt. Habt noch einen. Nice, Mann. Kommt! Rechts, Mitte, 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 one shot! Ich hab noch einen Punkt. Hab ich. Nice Jungs, man. Komm weiter, weiter. No, einer, noch einer bei uns, bei uns, bei uns. Das fein Team punktet! Noch eine wird bei uns sein. Nein, einer rechts draußen mit dem. Weak. Kämpft weiter! Ich hab wieder einen Punkt Ich hab wieder einen Punkt Ich hab wieder einen Punkt Nice Quicky man, ich schwör's dir du Fuckin Schweizer Metal Map habe ich Ein bisschen mehr hinter uns Rechts einer, rechts einer, rechts einer durch 4 Sekunden, 4 Sekunden Er kommt rechts außen Ganz rechts außen Unten rechts hinter uns Ich hab wieder einen Nice man ey Quicky Der ist bei mir Zwei bei uns, zwei bei uns Einer oben auf der Treppe noch Über dir, über dir Warte, ich hab gleich einen Punkt, warte Haben einen Punkt, wir haben eh gewonnen Ja wir haben gewonnen, nice Jungs alter man Let's go alter Rund runter Rund runter Rund runter Rund runter Nice Jungs alter Rund runter Rund runter Rund runter Rund runter Zauber Jungs man, kommt schon ey Rund runter Rund runter Rund runter Rund runter Rund runter Rund runter